Okay, hier ist jetzt wenigstens wieder Licht. Das finde ich wunderbar. Ja, aber auch nicht überall. Okay, ich gehe erstmal da lang, wo Licht ist. Da fühle ich mich etwas wohler. Ich komme doch aus der Tür da, ne? Ja. Oder nicht? Hallo! Oh Mann, das Geschrei, ne? Guten Tag! Okay. Vielleicht kriege ich hier mal wieder Batterien. Das fände ich genial. Komm, gib mir Batterien. Also, das Spiel ist ja echt sehr sparsam mit Batterien. Das finde ich richtig kacke. Soll ich erstmal nochmal den anderen Gang da entlang gucken? Ja, oder? Ich verpasse sonst sicher Batterien und das möchte ich nicht. Ich verpasse sonst noch mal den anderen Gang da entlangt. Das finde ich nicht so schlimm. Ich meine, es ist ja stockdunkel. What the fuck? Eeeh Eeeh Nee Da liegt was Wasserzeichen Hiermit bestätige ich Dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni Was Achso Gepflegt habe und ihn am 27. Februar Zuletzt lebend gesehen habe Bevor der Tod Am bereits erwähnten Datum Um 4.11 Uhr eintrat Haupttodesursache und damit verbundene Ausschlaggebende Ursachen waren folgende Herzversagen aufgrund von Altersschwäche Echtheitszertifikat Für eine korrekte Kopie Der offiziellen Urkunde Höchst interessant Keine lebenden Verwandten Armer Kerl Okay, irgendwer ist hier drin verreckt Wundert mich nicht Wundert mich überhaupt nicht Boah, das Geschrei Bitte hör doch auf zu schreien E E E Oh Och ne Was hat er denn da? Kann ich das nehmen? Ich hätte das gerne Aber überhaupt keine Batterien, ne? Überhaupt So gar nicht Okay, dann müssen wir Da diesen blöden Knopf drücken Ich wette, dann bricht wieder die Hölle los Och man Ich mag die Hölle nicht Was ist hier eigentlich? Haha Ach, schau mal Das möchte ich Ja, dafür müssen wir dann höchstwahrscheinlich den Knopf drücken Dass es da dann weiter geht Und ich wette, es wird nicht einfach beim Knopf drücken bleiben Wie ich das Spiel jetzt schon kennengelernt habe Puh Okay Nee Nee Machen Vach Oh, oh, oh Oh, oh Oh, my God I'm dead, I hope Wo ist der denn? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Ne! Boah ne! Wo ist der dicke Mann? Oh Gott, ich werde da auch landen. 100% werde ich da landen. Ich finde einen anderen Weg in die Duschen. Ich möchte eigentlich überhaupt nicht in die Duschen. Was? Hä? Ach du Kacke! Okay. Okay. Wo ist der? Freak. Scheiße. Kommt der auch hier rauf? Wer nicht. Was ist der jetzt hier oben? Wir sparen mal kurz ein bisschen Batterie. Ist der uns jetzt nachgekommen hier rauf, oder nicht? Ich höre ihn ja. Aber ich weiß nicht wo der ist. Ich höre ihn ja. Aber ich weiß nicht wo der ist. Oh Mann. Ich sterbe gleich. Ich weiß nicht. Was? Nee. Was war da? Was war da? Oh Gott. Was? Was? Oh fuck. Boah, ich kann nicht atmen. Was war da? Was war da? Was war da? Was war da? Hi. Oh. Mein Herz. Oh shit. Kommt der mir immer noch nach? Der passt doch da niemals durch, oder? Oh, diese Geräusche. Ach, hier sind... Oh, hier ist es ganz schön laut. Was? Geh weg von mir, Alter. Alter. Nee. Nee. Lass mich. Ich verrate dir überhaupt nichts, Kollege. Boah, wo sind wir denn jetzt gelandet? Alter Schwede. Junge, geh weg von mir. Ohne Witz. Geh weg, Alter. Ehrlich. Du bist. Ähm. Ah. Das juckt mich ja. Das ist mir doch egal. Du bist wahrscheinlich nicht ohne Grund in dieser Jacke da drin. Also diese Türen werde ich ganz bestimmt nicht aufmachen. Zum Verstecken schon wieder. Nee, Alter. Schreit mich doch mal alle nicht so an. Was zum... Was war das? Du würdest mir helfen? Das glaubst du doch selber nicht. Witzwollt. Boah, hier ist es sehr laut. Und sehr unangenehm. Äh. Ja, verrat mir doch einfach dein Geheimnis und dann ist gut. Boah. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das echt keine gute Idee ist, sie rauszulassen. Oder? Wenn ich die rauslasse, machen die mich kalt, dürfen ich hier fest. Das mach ich nicht. Nee. Geht's hier irgendwo rauf? Mann, hier ist es ja echt nicht schön. Warte mal. Geht's da? Irgendwo hoch. Da vielleicht. Ja, ich find's dir witzig, ne? Kommt der Irre da mir nach? Nö. Okay, Entscheidung gefällt, ich werde hier niemanden rauslassen. Oh. Was tut er denn da? Naja. Wenigstens macht das überm Klo, wa? Ich lass den mal in Ruhe. Na, du bleibst auch wo du bist. Oh. Ah. 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 Heilige Scheiße. Danke, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann. Ich danke dir vielmals, du irres Ding. Ah. Ich danke dir sehr vielmals. Das war's. Abspringen? Junge. Das Experiment läuft immer noch. Ah! Hey, ich bin hier runtergefallen, oder? War irgendwie falsch, würde ich behaupten. Ich muss da, äh, wieder hoch.